Am 20. September ist Weltkindertag. An diesem Tag zeigen wir euch daher Filme aus SOS-Kinderdörfern weltweit. Außerdem wird Ricks kleine Geschichte am Nachmittag kurz vor 17 Uhr die ganze Woche rund um das Thema Freundschaft und Zusammenhalt unter Kindern gehen. Nicht alle Kinder haben ein Zuhause. SOS-Kinderdörfer weltweit helfen. Rik, immer richtig cool. Rik, immer richtig cool.